Das ist schon ärgerlich, ne? Ich will versuchen. Das ist aber auch eines der ersten Spiele, wo du einfach mal sagen kannst, ich mach jetzt ein anderes Level. Zu überspringen. Kannst du dann am Ende sagen, guck mal. Das hab ich nicht geschafft. Bestimmte Geschwindigkeit. Ja, du solltest definitiv schneller fahren. Du kannst es wirklich, wenn du wirklich willst. Du musst versuchen. Drei und drei. Du bist am Ende. Ah! Pulsier. Fly me to the moon. Und lass mir dream of making mad love to my girl. Soll ich dir noch mal helfen? Ich probier noch zwei mal. Na gut. Du darfst auch noch drei mal versuchen. Du darfst auch noch drei mal versuchen. Jetzt willst du wissen, ey. Alles über Eve. Einmal noch. Wie bei Doom. Speicher ab. Nein! Ich will nicht speichern. Oh man, das ist ein Mikro so laut. Ah! Das ist nicht so leiser. Ja, echt schade. Das Spiel hat nicht so viel Sounds. Den muss man das Spiel selber untermalen. Ich will gleich bei dem Gas ganz nach links halten. Kann das sein? Bei den Buchstaben. Ja, du musst ganz nach links. Was ist nicht nach links genug? More links, please. Kann man nicht auch. Wir machen es ja auch immer so schwer. Kann man auch bestimmt jetzt hier auch anders machen. Machen wir das mal so. Nein, das geht nicht. Dann musst du wahrscheinlich genau mittig fahren. Das Problem ist, dass... In der Mitte ja so ein... Es ist zu früh in der Früh. Ich kann nicht mehr auf Skyroads spielen. Ich kann nicht mehr auf Skyroads spielen. Ich bin mir vor, das ist wie die Fahrschule. Wir machen dann heute mal so einen Skyroad-Tag. Genau. Weißt du, wie heißt das immer? Zwölf reguläre Stunden und zwei Nachtfahrten. Und eine Skyroad-Stunde. Da versagen die meisten Leute. Aber wenn es geschafft wird, bist du abgeertet. Dann kannst du fahren. Das ist richtig. Dann kannst du definitiv fahren. Kannst nach Hause fahren. Aber der Fuel richtet sich auch nach dem, wie schnell man fährt, oder? Was geht hier? Das ist hart. Aber das schaffen wir schon noch. Das Problem ist, dass immer kurz vorm Ende ist. Du musst erstmal diese ganze Scheiße hier abfahren. Du musst doch gehen. Was? I was too fast. Fast and Furious. Wir können ja gleich was spielen, was du möchtest. Was möchtest du denn spielen? Hm. Das ist das erste von der Schöne Runde Grand Prix 1. Können wir einmal machen. Aber ich habe kein Gefühl. Du musst das mal mit dem Tastatur spielen. Das hat Tastatur spielen. Ja gut. Mit Punkt und Komma kannst du lenken. Mit A und Y am Brennen. Gas geben und Brennen. Echt? Was weißt du noch? Ja. Du bist ein Typ. Voll der Audi. Mann. Also. Was verhält sich dieses Scheißteil denn da am Ende so? Meine Güte. Was ist denn das für ein Mist? Skyroads, Mann. Ist doch so wie penetrant er so. Hm. So nach dem Motto. Guck zu was du getan hast. Siehst du das? Strahl Salz in die Wunde. Put some salt in the wound. In the wound. In the flesh wound. In the flesh wound. Die Musik die wird nie langweilig. Geht immer ab. Man. Dann. Nein. Nein! Hahahaha Hahahaha Womph, ich muss einfach noch langsamer da fahren. Versuch mal, vielleicht früher rüber zu gehen. Du saß da immer so leicht, aber... Ja, ich kann das ja auch im Gegensatz zu dir. Ja, das ist wohl wahr, du hast recht. Stell mich nur an. Echt. Ja, Mann, fahr doch da weiter, Mensch. Gas. Ja. Road completed! Misty. Misty Mountain. Soll ich mich mal pausieren? Das würde mich ja schon interessieren. Ja gut, komm, auf geht's. Du fährst. Ich fahre, du bist Beifahrer. Wait. Nein, ich glaube nicht, dass das das ist. Hä? Ich dachte, der hätte einfach runterfallen können. Mucke ist von den Tönen gleich wie Prince of Persia. Und ohne Prince of Persia müssen wir eigentlich auch noch spielen. Ja. Wir müssen nicht, wir wollen. So ist das schön. Ja, Beschleunigungsspur. Hätte ich jetzt auch gedacht, der hat mich voll verarscht. Blöd Mann. Misty Mountain. Das Lustige ist echt, also, zusehen, wenn du zusiehst, dann, also, wenn du zuguckst, dann denkst du, ach, das ist ja easy. Aber wenn du es dann selber spielst, ist auch, ey. Oh mein Gott, das ruckelt! Mann, ich hab's geschafft, ey. Kauf dir nur ein Rechner, Mann. Ja, ey. Schrottkiste. Echt. Er braucht schon ein... dicken PC, die man mal in DOS-Box haben kann. Mhm. Das sind die ganzen crazy Geräusche, ey. Da wird man schon ein bisschen kirre durch die Farben, die sie eingebaut haben, ne? So, wie die weggeflogen ist, die Explosion. Du bist ein bisschen kirre, ne? Wir sind jetzt ganz weit oben. Gemein, ja? Ah, das ist immerhin... Booyah! Komm, ey, einer geht noch. Wir machen mal Pause, ey. Ja. Ich kann den mehr, weil ich bin jetzt so viel gefahren. Wolltest du nochmal, oder? Nö, 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 du machst halt... Oh, ja. Oh. Oh. Hallo, wie lang ist dieser Tunnel? Das ist der Gotter-Tunnel. Wusstest du das nicht? Nee. Du hast das Schild übersehen, wo das drauf stand. Not so fast. The password. The password. REEZE! Irgendwas muss das da jetzt... Irgendwas kommt da jetzt. Ganz, ganz so schwer. Das ist wohl die Tunnelstrecke. Was denn? Wie weit waren wir denn? Du hast es fast geschafft. Sind wir bald da? Wurscht mal Vollgas, die. Ja gut, da kriege ich auch hin. Na, siehst du. Ganz so schwer ist das Spiel gar nicht. Diese Explosion ist auch so... Ja, die muss halt nicht sein, ne? Hm. Tippft mal. Okay. Hey. Hm. Gott! Come Ooon! Ja, so geht's auch. Wieso bremse ich denn nicht? Ich fahr hier rum wie so ein Arschloch, ehrlich. Man sieht das super aus dem... Ich bin ein guter Fahrer, ne? Du bist ein Arschloch. Obacht! Ich bin fast schon wieder draufgegangen, ey. Oh, hier geht's schon weiter. Kann ich doch nicht springen, oder was? Graues Feld. Aber hier ist doch auch grau. Ja, aber nicht so grau. Also, ich meine, nicht richtig grau. Ja, aber nicht so grau. Das hab ich noch mal probiert. Also, ich meine, mach jetzt keine Hoffnung, oder so. Aber ich meine, probieren kann man's ja mal, ne? Probieren geht überstudieren. Du musst jetzt hier rechts abbiegen, durch den Tunnel. Wir fahren weiter. Ne, 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 ne. Guck mal, da krieg ich auch noch. Ja, einfach mal auf Knallgas. Watch out! Das ist ein Monster! Boah! Look out! Ach ja, Beschleunigungsspur. Taz! Ich hab auch gedrückt. Ja? Kannst du mir glauben! Jetzt muss man sehen, wie gut das funktioniert. Ja, vielleicht, genau. Vielleicht muss man in die andere Richtung. Das war mit Absicht. Mit sicher. Du bist lieber für links, ja? Für links, wenn was? Das macht Sinn! No, aber es macht Spaß. So jetzt, concentration, please. I'll try it. Oh, there's no more thing. Crazy, crazy, scrambled mess. Oh my God. Ja, ja. Nein! Scheiße. Hallo. Ich wusste nicht, was lang geht. Also ihr dürft das Spiel gerne auch runterladen. Erlaubt es euch. Und es selbst probieren. Dann wollen wir mal sehen, wie am besten lacht. Das ist schon hart. Das ist echt hart. Aber man gewöhnt sich dran. Wie schweige ich, die da jetzt reingefahren sind. Ja, ein bisschen Speed. Ach, bis ich da bin, habe ich eh wieder vergessen, wo es lang geht. Naja, aber es ist schon zum Teil echt gemein. Fies. Aber es erweckt auch noch irgendwie den Ehrgeiz, das zu machen, oder? Ja. Warum mache ich das nicht auch? Warum mache ich das? Ledi, du bist schon ein bisschen älter. Also nicht so alt, aber sie ist halt was älter. Sagen wir mal so... Ja gut. Ich glaube 2009 habe ich die gekauft. Also fünf Jahre hat so ein Buckel. Muss, muss ich. Muss ich heißen. Die gute Cherry XT. Kann ich nicht die mechanische Tasse zu verwenden, sonst würde ich die ganze Zeit nur klack, 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 klack hören. Hallo. Ich wollte springen. Ich habe doch auf die Taste gedrückt. Mich irritieren diese zwei Augen darüber, dieses Hintergrundbild. Ach so, mein Hintergrundbild, ja. Ja, der ist das Krümelmonster, da musst du aufpassen. Ja. Geil. Jetzt bleib ich mal in der Mitte. Das ist eigentlich ganz sinnvoll an der Mitte ist scheiße. Ja, Mann. Wo geht's hin, wo geht's hin? Keine Ahnung. Da links. Äh, rechts. Ja! Sauber. Ich kann's. Ja, Mann. Guck mal, wir haben die Hälfte von Skyroads durchgespielt. So. Damit verabschieden wir uns jetzt erstmal. Dann wollen wir's weiterspielen. Oh, warum nicht? Nein, ach. Mach mal ein Päuschen, ne? Das könnte hier noch so richtig hart werden. Ah, wie Öff. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass wir nochmal Skyroads spielen. Absolut. Ja, in der Hälfte, dann werden wir das tun. Genau, ich fahr dann auf der Erde hier, weil da sind wir ein bisschen langsamer. Bis dahin, gehabt euch wohl. Genau. Bis demnächst. Ja, ich führai jetzt. Ja. Hm. Ja.